Musik Wunderschönen guten Morgen, hier ist der Kaiser von Hannover. Es ist ziemlich früh am Morgen, es ist 10 Uhr und wir befinden uns heute am Landesfunkhaus in Niedersachsen in Hannover, am Rudolf-von-Bendixen-Ufer. Denn heute findet hier das Casting zum Grand Prix Eurovision in Fürbaku statt. Ja, und ich bin mit dabei, meine Stimme ist noch gar nicht da und was heute passiert, schauen wir mal, keine Ahnung. Und mit mir dabei ist heute ein Freund von mir, der sich endlich getraut hat, auch mal ins Fernsehen zu gehen. Und ich freue mich, dass er da ist, Jürgen Meier. Bist du aufgeregt? Tierisch, ist der Hammer. Ja? Ja. Hast du dich auch vorbereitet? Sicher. Ja? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Intensiv, sechs Stunden am Tag, ne. Schauen wir mal, was so ein paar Ausgaben wird, ne. Wir sind jetzt hier im Funkhaus von Hannover, Rudolf-von-Bendixen-Ufer und unser Star für Baku hat gerufen und, tja, mal sehen, was passiert. Wir freuen uns, schauen wir mal, wie es weitergeht. Die Schlange ist gar nicht so lang. Und hinter der Kamera ist heute das Kamerakind Jürgen Meier. Und Jürgen Meier ist heute das erste Mal beim Casting und ich bin gespannt, ob er sich danach zu den Buzzer Brothers zuzählen darf oder ob er dann trotzdem weiter singt. Wir sind gespannt. Viel Spaß. Ja, es geht los, das Casting, wir sind drinnen im Funkhaus von Hannover. Frank Wilde macht gerade wilde Fotos von mir. Frank Wilde ist von der neuen Presse und wenn ich Glück habe, komme ich dann nachher auch in die neue Presse mit Foto und wenn ich Pech habe, dann natürlich nicht. Und jetzt, soll ich dich mal zeigen, Frank, dass die Leute mal sehen? Das ist Frank Wilde, der macht die Bilder für die neue Presse. Super, danke schön, Frank. Das ist Jürgen Meier. Sieht zwar nicht so aus, ist aber so. Und der Jürgen bereitet sich gerade auf seinen Auftritt vor. Und hinter Jürgen ist eine Scheibe zum Einschlagen. Bitte nicht verwechseln. ...jemanden gefunden und die sieht irre aus. Und die stellt sich mal ganz kurz selber vor. Hallo, wer bist du? Hi, Bella Blonda. Wisst ihr ja schon. Ich habe gedacht, ich muss unbedingt zum Eurovision Song Contest. Weil Baku ist bestimmt die Abkürzung für Bella auf Kurier unterwegs. Als Kurier unterwegs. Ich habe gedacht, das passt. Deshalb musste ich jetzt hierher. Und wie ihr wisst, ich mache mich nicht zum Horst. Ich mache die Bella. Und Bella, du hast auch deine Sachen alle schon mitgepackt. Deinen Notfallkoffer habe ich hier gesehen. Ja, natürlich. Den habe ich immer dabei. Da ist ja auch mein Kleiderschrank drin. Und ich habe auch immer meine Bewerbungsunterlagen dabei. Weil ich bin ja immer auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch. Man weiß ja nie, wen man unterwegs trifft und wer einen weiterbringen kann. Man muss ja hundertmal verkehrt sein, bevor man einmal richtig kommt. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das war die Bella. Und da sehen wir mal mit dem Kaiser von Hannover. Und wir sehen uns wieder. Tschüss. Ja, das ist schön. Super. Hilfe, bist du ein Kamerazzi, der die Leute verfolgt, oder was? Ich bin Talent-Couch. Kann ja jeder sagen. Na gut, ich bin das Talent und du bist der Scout. Das ist gut, gefällt mir. Wir waren beim Casting drin. Hier ist der Kaiser von Hannover. Heute ist der 26.11. 2011. Wir waren beim Casting unser Star für Baku. Und Jürgen, wie fandest du denn dein erstes Casting? Wunderbar. Also ich denke, dem Erfolg steht nichts mehr im Wege. Jetzt warten wir nur noch auf den Anruf. Und dann geht's ab. Was hast du denn gesungen? Nur nicht aus Liebe weinen. Kannst du das mal ganz kurz anstimmen für diejenigen, die es nicht kennen? Nur nicht aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur die eine. Danke, das reicht. Wir rufen sie alle. Genau. Also die werden dann zurückrufen. Was hast du denn gesagt, wer du bist, woher du kommst und warum du da bist? Das haben sie gar nicht gefragt. Nee? Nö. Mich haben sie gefragt. Ja, das war mir klar. Weißt du, was ich gesagt habe? Na? Ich habe gesagt, ich bin hier nur hergekommen, damit der Jürgen endlich mal bei einem Casting ist. Und weil du Spaß haben bist. Hat er gehabt. Hat er gehabt. Wir hatten unwahrscheinlich viel Spaß. Wir haben die Bella getroffen. Bella. Bella. Eine klasse Frau. Habt ihr ja schon gesehen. Und das war ein super schnelles Casting. Ganz toll. Hier aus Hannover. Und mal sehen. Anrufen. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Tschüss. Super Step. Ciao. Tschüss. Dann läuft es schon. Und damit kannst du dann näher ran machen. Achso, das ist jetzt Video. Das ist Video, genau. Achso, aber das läuft ja schon. Ja, genau. Läuft schon. Das ist kein Problem. Kann doch gar nicht laufen. Hat doch keine Beine die Kamera. Genau. So, ich wollte nochmal ganz kurz hier die Neuen für Baku vorstellen. Achso. Ist das nicht ein Bild? Nein, das wird kein Bild. Das wird ein Video. Wenn du nicht mit drauf setzt, dann... Nee. Nicht mit drauf, müssen wir mit drauf. Ja, dann machen wir es aus, oder? Wollte nicht mit drauf aufs Foto? Wollte gar nicht ins Fernsehen. Was löschen wir das? Ich weiß gar nicht, wie gut das ist, wenn man vor die Kamera geht. So kann sie nichts werden. Ja, dann fangen wir beide halt allein nach Baku. Wela, Wanda und ich. Danke an das Kamerakind Leila. Und wir sehen uns dann später. Und wieder auf den Knopf drücken. Runden rechts. So, ausmachen. Und wieder auf den Knopf drücken. Das ist ja auch ein Bild. Und dann geht es mir ganz kurz. So, ausmachen.